Also ich habe echt verdammt lange überlegt, ob ich wirklich mit YouTube an den Start gehen soll. Ich hatte am Anfang so ein bisschen Bedenken, dass ich vielleicht keine Socke dafür interessieren könnte und außerdem ist das unfassbar viel Arbeit. Ich muss sagen, ich habe das komplett unterschätzt und dann dachte ich mir wiederum, boah, stell dich nicht so an. Jetzt mach einfach mal und was soll ich sagen? Here I am! Die Chance bei YouTube zu zeigen, wer ich bin, wie ich wirklich bin, was mich wirklich interessiert, die will ich mir auf gar keinen Fall entgehen lassen. Es gibt immer wahnsinnig viel zu lachen. Oh mein Gott! Ich liebe Fotoshootings, ich liebe die Arbeit auf der großen Bühne, im Fernsehstudio, meinen Job bei RTL und dieses ganze Drumherum, das macht schon alles richtig viel Spaß. Ungerechtigkeiten vor allem Kindern gegenüber, Schwächeren gegenüber, die halte ich nur ganz, ganz schlecht aus und ich spüre immer so einen Drang in mir, mich da engagieren zu müssen. Wie heißt Nazani? Ha! Und ich bin Nazan. Okay. 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 Dann sage ich mal Bye-Bye. 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 Das aller, aller, allerwichtigste in meinem Leben, das sind meine beiden Kinder, das ist meine Familie. Ich liebe es, Zeit mit meinen Jungs zu verbringen und das Allerschönste auf der Welt ist, diese beiden kleinen Wesen aufwachsen zu sehen. Ich würde für meine Kinder alles tun. Hey Mom, wie kannst du das Ding jetzt anziehen? Ja, und um das alles irgendwie auf die Kette zu kriegen, treibe ich unglaublich viel Sport. Ich brauche das einfach für meinen Körper, ich brauche das aber auch vor allem für meinen Kopf. So, und jetzt stelle ich euch mein Team vor. Voila! Wenn ihr Lust bekommen, mit mir gemeinsam auf diese Reise zu gehen, dann abonniert meinen Kanal. Das wird gut, das wird lustig und vor allem wird es echt. 100% ich. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020